Olli, was ist los? Ist es traurig? Ja, ein bisschen. Sieht schon komisch aus, ne? Ist das etwa der Streuwagen? Ja, das ist der. Sieht schon komisch aus, oder? Ja. Sieht sehr gerupft aus. Sieht richtig scheiße aus gerade. Ja, Mann. Nein, was damit passiert ist, seht ihr. Die Folie ist ab, bis auf ein paar kleine Stellen, was ich nicht mehr geschafft habe, oder wie. Und wir fahren das Auto jetzt zum Folierer. Der Wagen geht nach Tuning Pur Folie. Der liebe Nico wird das Auto folieren. Boah, freu ich mich auch schon drauf. Wie soll es auch anders sein? Und ja, wir fahren jetzt los. In der Zwischenzeit kann Robert mal irgendwie noch ein, zwei Sequenzen einfügen, wo wir das Ding abfoliert haben. Bis später. Traurige Musik. Ja, bitte. So, Auto steht in der Halle drin. Ich freue mich. Ja, alles geplant, alles vorbereitet, alles gesagt. Welche Farbe wird es denn, oder verrätst du das nicht? Das sieht man ja sowieso gleich, ne? Ja, okay. Ja, es wird ganz banales, simples, ganz, ganz helles Grau. Fertig. Mit den Kontrastfarben... Mit den Kontrastfarben orange und schwarz, denke ich mal, sieht das ganz gut aus. Und ja, ich lasse mich mal überraschen. Ja, Nico kriegt jetzt den Schlüssel von mir. Bitteschön. Dankeschön. Ja. Wir sehen uns Samstag. Ja. Vielen Dank und ja, bis Samstag dann. Bis zum nächsten Mal. Musik Ja, alles klar. Da ist mein neues Auto. Schön wecker Nico. Obwohl der Penner mich übelst verarscht hat, dass die Folie nicht gekommen ist und dass er als nächste Woche Mittwoch fertig wird. Das ist mein kleines Herz ein bisschen gebrochen, aber es hat funktioniert. Du hast dran geglaubt. Ja, das war wirklich scheiße. Ja, Auto ist fertig. Auto ist in so einem hellen Porsche Classic Grau. Als Kontrast dazu, komm mit, sag ich dir auch. Ist noch nicht ganz, ganz fertig. Halt orangene Details, passend zum Käfig, zum Lenkrad, zum Tapo, Grillleiste und sowas alles. Ja, finde ich mega, mega geil. Das Wetter draußen kannst du auch mal ganz kurz filmen. Es fängt passend dazu an zu regnen. Ja, scheiße. Ja, ansonsten würde ich sagen, einen abschließenden Carporn machen wir noch. Wenn alle Aufkleber drauf sind, wenn hinten nochmal die Bremse, die muss ich nochmal schwarz lackieren. Weil er passt noch nicht so ganz von der Optik. Und dann machen wir nochmal einen abschließenden Carporn. Bis dahin würde ich sagen, ja. Ich bin happy. Trotz, dass es regnet, fahre ich jetzt nach Hause und ja. Schönen Feierabend. Danke. Tschau. So, Tor auf. Ich will raus. Wahhahaa. Tschau. Tschau. Woah. Mal. Mal. Bis zum nächsten Mal.